Servus Leute, heute habe ich einen 8-Kill-Raid für euch auf Customs und ja, das war eine gute Mischung aus Kills, es waren 300 Meter Shots beim Snipen und das hätte auch für Shooter Born in Heaven gereicht. Außerdem habe ich noch ein paar mit der Assault Rifle geholt, mit der Mutant und ich habe tatsächlich auch zwei Leute mit dem Stand, äh, Granatwerfer geholt und ist mir gar nicht so aufgefallen, dass es zwei waren. Ich dachte, es wäre bloß einer, ich weiß gar nicht, wo der zweite gestorben ist. Gestorben ist er aber auf jeden Fall, ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv.au, Link unten in der Description, schaut mal vorbei, lasst mal ein Follower und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar und ja, jetzt viel Spaß mit dem Raid. Wundervolles Sniper-Wetter. Wo? Shit. Auf jeden Fall ein Spieler. Was macht ein Skeff hier unten? Holy shit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der hin ist, ja. Ah, da hinten. Ich wette, er will ins Ding. Ins, ähm, Crackhaus. Das heißt, mit etwas Glück nimmt er eine Metalltreppe und mit etwas Glück können wir ihn snipen. Oh shit. Okay, ne, wir können hier nicht stehen bleiben. Das geht nicht. What? Da liegt echt einer. Da liegt halt echt einer. Hat er mich gesehen? Ah, jetzt habe ich ihn nice. Er hat mich nicht gesehen. Hätte gerade ins Auge gehen können. Ich... What? Okay. Ah, ja, okay, okay. Kultisten fahren, können wir doch mal wieder machen, ja. Also mache ich im Moment ja eh öfters. Ah, ich darf nicht... Ja, ich habe M-093 geladen. Ich muss aufhören, aufs Gäste schießen. Super... Halt, Moment. Superman-Kappe hat er aufgehabt, ne? Alles abgeprallt. Kein Thema. Hm? 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 M-093, naja, M-093 kann man gar nicht verkaufen, aber sie ist halt sau selten, weil man sie nicht herbekommt. Naja, die kannst du bloß vorne im Raid haben. Also die kannst du wirklich bloß im Raid finden. Deshalb hat man davon immer sehr wenig Schuss. Gut, dass ich den da oben überhaupt gespottet habe, um ehrlich zu sein. fuck's her... Also gibt es mal nurse im Raid... kein morality zu machen. ig roller zu vein riep. Das ist für den Mund zu lassen. und der beatables auf Holyжug Deusise Uncle war und sich mir gerade mal zu bekan, ist es das und wie schön ist. Und, wenn du hier, Stein komm件事情 und schuess will ich Привет in die Wplay. Yep. Die RFB Die wurde im Moment aufgespielt Bisschen düster, bisschen neblig Da hockt einer. Habt ihn gesehen? Ja, ist ne gute Budgetwaffe im Moment, die RFB Auf jeden Fall Könnt sein, dass der mir ein Report gibt Weil den hab ich gerade echt zufällig gesehen Und dann Das war's für heute. 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 Das waren alle Statisten, ja. Fünf Statisten down. Hey, Big Bait. Legen wir uns mal hin. Wir legen uns mal hier hin, sodass der mich nicht sieht. Ich muss mal ein bisschen Amo machen. Ja, das war... Also die drei, die hier unter mir waren, die waren auch nicht so High Level. Ah, passiert. Was willst du machen? Das kann sein, Leon, ja, aber... Das ist ein Geheimnis. Tja, ist ja mal wieder Twitch Rivals, wie's geht. Was lachst du? Ist ja mal wieder Twitch Rivals oder das Punisher-Turnier. Ja, das ist halt, ne? Also den da hab ich halt bloß gesehen, weil... Oder... Das ist halt die Erfahrung, ne? Man sieht, okay, da gehört was nicht hin. Man schaut hin. Das ist eine typische Position. Ist einfach ein bisschen Training für die Augen, dass man die spottet, ne? Das ist halt, ne? Okay, wenn du einen Witz erzählst, dann musst du erst... Was ist ein Ritter? Dann die Frage und dann ein bisschen später erst die Auflösung. Das ist besser. Also für dich, ne? So. Ihr könnt noch in den Markt umschauen. Wir schauen jetzt einmal rüber, ähm, kurz... Botnox. Oh, oh. Oh. Wo scheiß drauf? Das ist dann rucksacklich voll mit den ganzen Toten. Naja, die haben alle nichts. Der letzte auf der Brücke, den ich erschossen habe, der hatte den Callpack auf. Meint ihr, ich habe ihn? Ich habe ihn. Da liegt er. 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 Da schreit noch irgendwas. Da liegt er. 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 der вот. Da liegt es. Da liegt er. Da liegt er. Da liegt er. So, gehen wir die noch looten. Zumindest die Doctags einsammeln, ich glaub, die Truppe hier hatten alle nix. So, gehen wir das. Level 6. Oh mein Gott. Willkommen in Tarkov. Willkommen in Tarkov. Big Bait. Kann ich nicht versprechen. Aber danke für deinen Prime. Sehr freundlich, dass du den bei mir lässt. Und danke für den 11. Willkommen zurück in der Abo-Falle. Nicht alles auf einmal ausgeben. Eieiei, der Arme, ey. Was haben wir hier? Cottage-Safe-Key. Das ist sogar ein bisschen was wert. Das ist auch gut. Oh, dann den Faunen-Raid her. Gut, dann gehen wir nochmal in die Dorms. Beziehungsweise looten wir noch schnell die zwei auf der Drücke. Die interessieren euch sicher auch, denke ich, ne? Ich weiß. Ey, Master-Dodger. Skeleton ist auch noch einer? Ne. Ah, doch, hier. Doch, stimmt. Da war noch einer. Du hast recht. Stimmt. 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 Oh Mann, ey. Ja, habe ich mit Absicht überlesen. Mit Absicht. Er hat seinen Kollegen gelootet, hat sich genau an dieselbe Stelle gehockt. Krass. Ich meine, der hatte mich auf jeden Fall schon im Visier, aber... Naja. What the fuck? Und wer warst du hier hinten? Ich werde von irgendwo angeschlossen und ziehe einen ganz anderen um. Okay. Der ist perma-overweight auf jeden Fall, ja. Da kann es von ausgehen. Könnte auch ein Scaff schon gewesen sein, ne? Die Runde geht schon eine ganze Weile. Wo ist denn der? Wo habe ich denn den umgebracht? Doof, ist der hier? Na da. Ja, ist ein Scaff. Sorry doch. Schauen wir mal. Wenn ich das Auto nehme, dann könnte ich Scaff kaum auf sechs bekommen. Schauen wir mal. Okay. Okay. Guten Abend, Simonski. Wie geht's? Schön zu sehen. Die Chancen stehen gut, dass der Magdum noch ungelootet ist. Mir geht's auch bestens. Sei doch. Nice, Leute, wir sind reich. Richtig gecashed. Ne, Auto ist leider nicht mehr da, ne? Okay. Dann gehen wir. Dann gehen wir hier lang. Echt jetzt? Okay. Hier geht's. Das war's für heute. Das war's für heute. So schwingt jetzt die Waffe auf einmal so. Oh, hier ist offen. Nice. Geh mal raus. Oh mein Gott, save my gear. Mucki, danke für mal wieder einen gegifteten Sub anwerden bekommen. Zauberer Bim Bam. Danke für den Support und 56 gegiftete schon. Danke dafür. Mal wieder so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kills. Moment, Moment. Hä? Oh, ich hab hier zwei erlegt mit dem Granatwerfer. Und wer ist er hier? Ah, den konnte ich nicht looten. Das war der auf der Brücke. Ich hab zwei bekommen mit dem Granatwerfer. Alright. Okay. Nice. Hätte vielleicht mal richtig schauen sollen. Naja, acht Kills, ne? War doch okay. Da, 100 Meter mit der DVL. Das war auch 100 Meter mit der DVL. Und das hier. Wird auch, es waren auf jeden Fall 300 Meter Kills drin, ne? Und ein paar, äh, zwei Granatwerfer Kills. I take it. Okay. I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again